Kate Merlan und Jakub Jaretskys Ehe liegt am Boden. Die Reality-TV-Darstellerin findet in dem Fußballer ihren perfekten Partner. Im Februar dieses Jahres verkünden sie überglücklich, Ehemann und Ehefrau zu sein. Doch während ihrer Ehe geraten die beiden immer wieder in größere und kleinere Krisen. Jetzt stellt Kate klar, zwischen ihr und Jakub ist alles aus. Die Influencerin gibt zu, ihr geht es gerade gar nicht gut. Es ist mittlerweile einfach so schlimm, dass wir noch nicht mal einen normalen Satz miteinander sprechen können, ohne dass direkt der Krieg ausbricht und ich kann es einfach auch alles nicht mehr. Es hat sich die letzten Monate leider alles so ins Negative verändert. Kate ist am Boden zerstört. Während die Beauty weint, will ihr Ex nach vorne blicken. In einer Promiflash-Umfrage schließen Fans aus, dass die beiden nochmal zueinander finden. Jetzt kommt es bei Kate und Jakob offenbar darauf an, ohne einander glücklich zu sein.